Ich freue mich schon auf Italia Mia Autunno, da geht es uns so gut wie einst dem russischen Gesandten am Dresdner Hof, dem Grafen von Kaiserling. Der hatte einen Cembalisten, den Johann Gottlieb Goldberg, der ihm am Abend dann Variationen aus der Feder von Johann Sebastian Bach vorspielen sollte. Sie haben es erraten, wir kennen diese Variationen heute als Goldberg-Variationen. Johann Sebastian Bach selbst freilich hat die Musik 1741 unter dem Titel Klavierübung bestehend in einer Aria mit verschiedenen Veränderungen vors Klavizimbel mit zwei Manualen, denen Liebhabern zur Gemütsergötzung verfertigt von Johann Sebastian Bach herausgegeben. Für uns musiziert diese 30 Variationen mit der Aria der junge Cembalist Reinhard Führer, der ein Schüler von Wolfgang Glücksheim ist. Ich freue mich, wenn Sie zu Italia Mia kommen.